Hallo, hier ist Sabrina und ich gebe dir heute noch einmal einen kurzen Überblick über das Present Participle und das Past Participle. Falls du noch mehr über die Partizipien im Englischen wissen möchtest, schau dir unbedingt auch noch die anderen Videos dazu an. Wir schauen uns jetzt also nochmal das Present Participle genauer an. Gebildet wird das Present Participle aus dem Infinitiv und an den Infinitiv wird die Endung ing angehängt. Zum Beispiel habe ich hier Singing notiert, das wird übersetzt mit singend. Das heißt, ing wird im Deutschen mit einem d am Ende übersetzt bzw. ausgedrückt. Jetzt gibt es einige Besonderheiten, wenn du im Englischen ing an den Infinitiv anhängst. Die gehen wir jetzt noch einmal gemeinsam durch. Das stumme e am Ende fällt weg. Zum Beispiel haben wir to take, das heißt nehmen und wenn wir da ein ing ranhängen, dann fällt das e weg und es ist nur noch taking vorhanden. Jetzt ist es dann so, dass ein Konsonant, der nach einem kurzen betonten Vokal kommt, verdoppelt wird. Als Beispiel habe ich hier to cut, das heißt schneiden, wird zu cutting mit tt. Dann noch eine Besonderheit. Ie wird zu y. Zum Beispiel habe ich hier to lie, das heißt liegen und lügen und das wird zu lying mit y. Was noch wichtig ist beim Present Participle, ist, dass es immer Aktivsätze beschreibt. Das erkläre ich dir jetzt noch genauer an dem Beispiel. Das lautet Das Mädchen, das das Lied gesungen hat, wurde von jedem gesehen, heißt das auf Deutsch. Jetzt ist das deshalb ein Aktivsatz, weil das Mädchen ja aktiv das Lied singt. Das heißt, sie tut aktiv etwas und deswegen beschreibt dieses Present Participle einen Aktivsatz, der sich eben auf das Mädchen bezieht. Schauen wir uns jetzt im Vergleich dazu das Past Participle an. Gebildet wird das Past Participle bei regelmäßigen Verben mit der Endung ed. Zum Beispiel haben wir hier watched, das heißt angeschaut und looked, das heißt angesehen. Und die unregelmäßigen Verben, da musst du leider die dritte Verbform auswendig lernen. Da gibt es nämlich keine festen Regeln, wie das gebildet wird. Ich habe dir hier einige Beispiele mitgebracht. Sang heißt gesungen, run heißt gerannt, bread heißt gelesen und bought heißt gekauft. Jetzt im Vergleich zum Present Participle, das ja die Aktivsätze beschreibt, beschreibt das Past Participle Passivsätze. Auch hier habe ich dir ein Beispiel mitgebracht, das lautet, the song sung by the girl was beautiful. Das heißt übersetzt, das Lied, das von dem Mädchen gesungen wurde, war wunderschön. Jetzt ist das deshalb ein Passivsatz, weil das Lied ja nicht aktiv etwas tut, sondern es wird gesungen und zwar von dem Mädchen. Und das drückt eben einen Aktivsatz aus, deshalb ist dieses Past Participle der Ausdruck eines Passivsatzes. Ich wünsche dir viel Erfolg mit den Partizipien im Englisch. Bis zum nächsten Mal. Dieses Video wurde präsentiert vom Online-Lerncenter der Schülerhilfe. Viele weitere Videos, tausende Arbeitsblätter und vieles mehr findest du auf olc.schülerhilfe.de.